Unser Geschäft sind Gewürze in all ihrer Vielfalt. Die Leute sagen, tu etwas von unserem Pfeffer ans Essen und schon schmeckt's. Mit Topqualität und Service sind wir Marktführer geworden. Dabei sind wir eigentlich ein Familienbetrieb und das seit 1854. Zeit, ins neue digitale Zeitalter einzusteigen. Die hohe Qualität unserer Produkte können wir nur mit einer traditionellen Herstellungsweise erreichen. Die Modernisierung musste deshalb Handarbeit und Automatisierung perfekt miteinander verbinden. Der Vorteil am TIA Portal ist, dass man die komplette Automatisierung sehr einfach integrieren kann. Ich bin zum Beispiel Elektrotechniker, kein Informatiker. Aber mit WinCC Professional war die Erstellung der Visualisierung sehr einfach. Wir konnten die Prozesse unseres Kunden grafisch sehr genau und gleichzeitig einfach darstellen. So konnten wir die Unmenge an Daten reduzieren, damit der Bediener genau die Infos bekommt, die er auch braucht. Die Visualisierung ist übersichtlich und intuitiv. So war nur eine kurze Mitarbeiterschulung nötig. In unserer Produktion benötigen wir eine hohe Flexibilität, da wir über Produktionsabläufe oft sehr kurzfristig entscheiden müssen. Auch können wir jetzt Fehler erkennen, bevor sie auftreten. Wir konnten sogar die Produktionsdaten in unser übergeordnetes Produktionsplanungssystem integrieren. Die Automatisierung mit Siemens war eine gute Entscheidung. Alles passt perfekt zusammen. Das war eine große Herausforderung, aber mit WinCC Professional haben wir es hingekriegt. Und das Ergebnis? Sehen Sie selbst. Änderungen und Erweiterungen sind jetzt sehr leicht. So sind wir flexibel und zukunftssicher aufgestellt. Nun können wir im nächsten Schritt unser Energiemanagement erweitern. Und unsere Gewürze, die sind nicht digital. Aber ich glaube, sie schmecken jetzt noch ein bisschen besser.